Die Bürgerlichen betrachten offensichtlich die Bundeskasse wie einen Selbstbedienungsladen. Das Ganze kostet 1,4 Milliarden Franken und das wird auf den Rücken der Ausgaben im Bereich Bildung, der Ausgaben im Bereich Soziales, der Subvention für Krankenkassenprämien und der Entwicklungshilfe gegenfinanziert. Es ist einfach nicht vernünftig in dieser Zeit solche hohe Steuergeschenke zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020